Ich hab doch was gedrückt. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Look away. Ich glaube, wir müssen jetzt, ich glaube jetzt, genau, jetzt, jetzt, pass auf. Look away. Guck mir nicht an, guck mir nicht so doof an. Das guckt, das sieht so bescheuert aus, wenn du mich ansiehst. Pass auf. Du erklärst mir was, ich guck dich das aber an. Was ist los mit dir? Guck da hin. Pass auf, du musst in die andere Richtung gucken, die ich gucke, ganz einfach. Hier, pass auf, guck mal, du kannst du dein Head move, und ich gucke in eine andere Richtung, und du musst in eine andere Richtung gucken als ich. Ehrlich. Kannst du gar nicht gewinnen. Was? Was, 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 was? Ihr müsst in eine andere Richtung gucken, ihr dürft nicht in die gleiche Richtung wie ich. Ja, aber das ist doch Zufall, oder? Nein, ich drück ja. Alter. Okay, ich versteh's grad nicht. Ich hab doch irgendwie, komm mir schon mal raus. Nimm mir jetzt schon mal einen. Oh Gott. Scheiße. Dann hättest du's halt auch richtig gucken können. Ja. Wie würd Riki jetzt denken? Gar nicht. Das war geil, das Spiel. Das hat Spaß gemacht. Oh, so viel Spaß, ne? Ja. Oh, Spaghetti. Bravio, lieb-parevissimo. Ei, ei, ei. Viva la Mexico! Ich hasse Mexico. Warum? Was hast du's gegen Mexikaner? Das weiß jeder, was ich dagegen habe. Das ist eigenweil bekannt. Erst wann bin ich da, bestimmt. Viel Spaß, Mexiko. Bleib bitte da. Ich meine jetzt da, beim Stern. So... Wie Spaß im Mexiko. Ich hoffe, du bleibst da. Ey. Oh Gott. Er nimmt heute auch den Key. Ist ja mein Bruder. Nicht dumm, nicht dumm, nicht dumm. Alter, alle gegen den Fetten. Bin ich der Fette? Ja. Oh, Kran-Game. Ihr habt eine kalte Chance gegen mich. Aber wenn du jetzt gewummst? Wenn nicht. Wenn doch. Schon die Speedrun-Stats dafür gesehen von Luigi. Die Speedrun-Stats, hast du gerade geguckt, ne? Ja, von Luigi. Also nicht von dir. Ich verstehe die Speedrun-Stats gar nicht. Aber dann müssen wir erst die Zeit. Ja, mach ich auch. Ob das so Speedrun-mäßig ist, ich weiß nicht. Es geht alles um die Route. Um die Route, okay. Ich wibbel schon mal so ein bisschen von mich hin. Das, was Donkey Kongo macht, sieht sehr pervers aus. Möchte ich einmal so ganz, ganz nebenbei betrunken. Auf jeden Fall. Das gibt es doch nicht! Ich glaube, die 20 brauche ich gar nicht. Diese scheiß... Die scheiß Mikrofon. Das gibt es doch nicht! Dieses Mikrofon. Ah, ich nehme die 20 Sekunden. Mein Gott, Riki, kriegst du das heute noch hin mit dem Mikrofon. Das ist doch der Wahnsinn. Kann doch so schwer nicht sein. Erma stimmt da gerade nicht mit. Also du stehst auf irgendeinem Kabel halt jedes Mal. Ja. Kann doch nicht so schwer sein zu gucken, wo die Kabel sind. Jetzt hab ich's doch. Alles gut. Professionell. Ist der Wahnsinn. Einer Weltmeisterlich, oder? Das ist der Wahnsinn. Wie gut er ist. Krass! Ja, ich bin auch erstaunt. Hier war Wollo. Hier war Wollo. Der kann das. Holy moly. Das Bild ist ja auch so klein für mich. Hahahaha. 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 Ja, ist ja so. Guck mal wie ein kleines Bild jetzt. Witzig. Kann ich kaum gucken. Was machen die da? Spielen die schon ein Minispiel? Ich kann's nicht genau erkennen. Was? Das werden wir nicht. Der rote Pixel. Der grüne. Hahahaha. Oh Gott. Gut, dass ich das jetzt nicht bin. Boah. Ich bin mir verwirrt. Weißt du, bei den Spielen bin ich immer aufgestanden. und bin immer mit dem Finger gefolgt. Du hast aber schnell gefolgt mit dem Finger. Einer hat die Bowserbombe. Gebringt? Keine Ahnung. Ah! Gott, Item? Oh. Nee, nee, nee. Anscheinend nicht so. Nee, nee, nee. Die kalte Begeisterung. Not really. Ich glaub, die geht irgendwann einfach hoch. Äh, hat's die End? Auf das Turn. Habe ich's gelesen. Hast du weggedrückt, Arschloch. Was hast du? Du hast gar nichts gedrückt. Nix gedrückt! Oh Gott, jetzt kannst du auch tauschen. Oh mein Gott! Oh, es hat doch keiner was. Ich find, ich nehm nicht mal mich. Oh, das war nichts. Als ob. Du musst auch unter den Schatten stehen da. Ich stehe da drunter. Nein! Oh, es hat er doch nicht genommen. Oh. Ah, okay. Wer muss? Natürlich! 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 Hast du überhaupt 30 Würzen? Ohhhh. Oh, fast. Ich wollte nur den Stern haben. Wie soll ich jetzt den Stern kaufen? Stimmt, du kannst den Stern jetzt nicht kaufen! Du Fotze! Alter! 64! 64! 64! 64! Nintendo 64! Nintendo 64! Ich hasse dich, ne? Guck dir das an, das wunderschöne Bild. Ey, Ricky, willst du mir was klauen? Willst du mir Münzen klauen? Ich kann doch nicht mal Münzen klauen. Guck mal, kriege ich ja gar nicht. Du kriege ich ja gar nicht! So ein Arschloch! So ein Lacker! Das ist ja eklig, dass das nicht geht! Weißt du was? Du bist so ein Typ mit dem Freundschaften zerstört. Oh Gott, was hat er denn jetzt? Okay. Captain Bowser! Mhm. Und so ein Toll Queen & Blue. Geht sechs Schritte. Geht sieben Schritte. Er trifft mich. Er trifft mich, glaube ich. Sehr gut. Ah ne, Quatsch! Doch, doch. Er trifft mich auf jeden Fall. Ah, der zieht alle Münzen ab. Lauf! 4, 3, 2... Nein! Hui! Das war knapp! Halleluja! Lauf doch, du! Wie du immer so ein Glück hast. Oh Junge. Skill ist, wenn Glück zu gewohlen bleibt, Ricky. Oh Gott. Das ist, glaube ich, das Selbstverstehen. Da gibt's ein GIF! Auf Twitter. Wo Luigi einfach steht und einfach dabei läuft. Ich stehe auf der Position von Luigi. Lass uns mal. Nicht geklappt. Ich bin... Ich hab gleich mit Luigi. Oh Gott. Du bist einfach runtergefahren. Eiskalt. No, ich komm vielleicht gleich von alleine. Wollo gewinnt nicht. Wollo gewinnt nicht. Wollo gewinnt nicht. Wollo gewinnt nicht. Luigi wins by absolute done nothing. Oh nein. Komm schon Luigi! Kein Schwung. Go E.G. Go E.G. Ich krieg keinen Schwung! Jetzt hat er keinen Schwung. Oh Gott. Fall doch beide runter. Das ist doch witzig. Er hat versagt! Das gibt es nicht! Alter, ich glaube, ich hab mit dabei jedes Minispiel bis jetzt gewonnen, oder? Dann kriegst du wahrscheinlich noch den Minispiel-Stern. Bisher ja. Alter. 74 Münzen. Der zweite hat 22. Und ich hab auch schon einen Stern. Der Wahnsinn. Sieht okay aus für mich, sag ich mal. Bis hierhin. Ich kann den Stern nicht kaufen. Wenn ich ihn kaufe, klaust du ihn mir direkt. Stimmt. Ich hab sogar genügend Geld, um zu klauen! Das bringt mir ja nichts. Wie nice! Oh! Oh, das ist schade. Oh, das ist schade. Oh, Rikki, das ist aber ärgerlich. Alter, die Fresse. Mensch, das wird mir jetzt wehtun. Ich hab ehrlich den Stern. Wird mir wehtun. Tut's auch. Ich hab auch gefühle Arschloch. Ich hab gedacht, ich hab die Strategie schlechthin, weißt du? Was ist im Griff? Beherrsche dieses. Tot in the box. Tot in the box! Nein! Mock in the box. Mock in the box. Mock in the box. Okay. Jump up to hit the spinning blocks. The first one to get five toes faces wins. Ah, mal jump. Okay. Das werd ich nicht sein. Nein, wer weiß. Oh. Oh, verdammt. Ich verstehe. Alles klar, Volo. Scheiße. Nice. Scheiße! Ich denk immer... Scheiße Bowser. Das ist ja der Wahnsinn. Na, Hauptsache nicht du. Das war nichts für mich. Ich hab total Pech. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich war schon... Ist ja der Wahnsinn. Na, Hauptsache nicht du. Okay, das war nichts für mich. War gar nichts. War gar nichts. War gar nichts. Mario, letzter Platz. Fühlt man sich da oben? Ja, pass mal auf. Wer 1 zu 0 führt, der steht, es verliert. Ah. Ja, pass doch mal auf. Ich will jetzt auch gar nicht so ein Blitz-Game, ey. Das wär mega scheiße für mich. Das wär super wär das. Kann ich eigentlich nur verlieren. Ah, guck mal. Oh, lustig. Kann man doch nicht mal ein Item kaufen. Ah, ich muss da lang gehen. Oh, nein. Mensch, 4 Münzen. Oh, shit. Hey, Luigi. Go, Luigi. Ha! Aber jetzt kann Luigi seine 20 Münzen eventuell verlieren und ich kann, ähm... Wir haben 34 Münzen zusammengekriegt. Aber wir schauen... Oder wir gucken uns das Spiel nochmal an und dann starten wir jetzt beim nächsten Mal. Ja, okay, das können wir machen. Grab bag. Grab bag, okay. Das haben wir schon mal gewonnen. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.